Es tut sich etwas, das können wir sehen am Live-Bild aus Berlin, aber noch nicht das, was wir erwarten, nämlich die Unterzeichnung. Nutzen wir die Zeit schon mal und schauen gemeinsam drauf mit Moritz Eichhorn von der Berliner Zeitung. Grüße Sie ganz herzlich. Morgen. Wir haben ja vor einiger Zeit, kurz nach der Wahl, über das geredet miteinander, was sich da ereignet hat bei dieser Wahlwiederholung. Jetzt stehen wir an einem Punkt, da haben wir, glaube ich, beide nicht dran geglaubt, oder? Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, vor der Wahl gar nicht, nach der Wahl ein wenig mehr, aber der Kai Wegner hat das geschafft. Das ist heute wirklich ein Sieg für ihn und das ist eine taktische Meisterleistung, denn er musste am Ende ja eigentlich drei Wahlkämpfe führen. Den ersten bis zum 12. Februar um die Stimmen der Bürger, dann danach um den Koalitionspartner, da ging es dann auch viel um Persönliches, da haben die Grünen ihm geholfen, weil Jarasch und Giffey ja einfach nicht gut miteinander klarkommen. Die Grünen wollten die Regierende entmachten, sie sollte alle Termine mit den einzelnen Ressorts absprechen. Und dann der dritte Wahlkampf war der um die Stimmen der SPD-Parteibasis. Und dann musste man auf den Koalitionspartner. Herr Eichhorn, ganz kurz live nach Berlin gehen, es geht dort los. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Festsaal des Berliner Abgeordnetenhauses. Der Raum sieht heute ein bisschen anders aus als zu unseren Koalitionsverhandlungen, aber er sieht trotzdem auch gut aus. Und ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Heute nach intensiven, guten, konstruktiven Sondierungsgesprächen, nach intensiven, guten und konstruktiven Koalitionsverhandlungen, nach einem Mitgliederentscheid der SPD und nach einem Landesparteitag der Berliner CDU sind wir nun soweit, den Koalitionsvertrag unterschreiben zu können. Und das wollen wir heute auch tun. Das Beste für Berlin, das hat sich Franziska in den Koalitionsverhandlungen so ergeben, dass das der Titel unseres Koalitionsvertrages ist. Und genau darum geht es. Das Beste für Berlin. Und das haben wir auf 135 Seiten aufgeschrieben. Wie wir die Herausforderungen und die Probleme unserer Stadt lösen, aber wie wir vor allen Dingen auch die Chancen unserer Stadt noch besser lösen wollen. Die eigentlichen Koalitionsverhandlungen haben 25 Tage gedauert. Und wir haben von Beginn an gesagt, das ist ein anspruchsvolles Ziel, so etwas in 25 Tagen hinzubekommen, aber wir haben es geschafft. Wir haben das voll im Zeitplan geschafft. Und das haben wir deshalb geschafft, weil wir das gemeinsame Ziel hatten, das Beste für Berlin zu erreichen. Weil wir das gemeinsame Ziel hatten, etwas Gutes für Berlin zu erreichen. Und ich glaube, das macht auch diese Koalition aus. Dass wir auch mal ringen um Positionen, aber am Ende des Tages immer das gemeinsame Ziel im Blick haben. Und das wird diese Koalition ausmachen. Und ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit im Senat. Ich freue mich auch riesig auf die Zusammenarbeit mit der Koalition. Und ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich, einige Mitglieder unserer Dachgruppe sind ja da, ich möchte mich ganz herzlich bei den Mitgliedern unserer Dachgruppe bedanken. Das waren intensive Tage, intensive Stunden. Manchmal auch ging es ein bisschen länger. Aber wir haben uns immer konstruktiv miteinander ausgetauscht. Und na klar, wir sind unterschiedliche Parteien und es gibt unterschiedliche Positionen. Aber das Ziel war immer, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und darum wird es in den nächsten dreieinhalb Jahren gehen, die Spaltung der Stadt zu überwinden, zusammenzuführen. Und ich möchte mich, nachdem ich mich bei der Dachgruppe bedankt habe, ganz besonders bei Franziska Giffey und Reitz-Ale bedanken. Ich glaube, was uns in den letzten Wochen und Monaten gelungen ist, ist wirklich Vertrauen aufzubauen. Vertrauen als Grundlage für die nächsten dreieinhalb Jahre. Und dieses Vertrauen ist ganz wichtig, denn es stehen große Herausforderungen, große Erwartungen stehen auch vor uns. Und die können wir nur gemeinsam lösen. Und für diese Zusammenarbeit der letzten Wochen bedanke ich mich ganz herzlich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit, für das Vertrauen, was wir entwickelt haben. Und ich freue mich wirklich auf die nächsten dreieinhalb Jahre. Wir haben viel zu tun. Die Spaltung der Stadt habe ich schon gesagt. Aber mir geht es auch darum, Vertrauen zurückzugewinnen von den Berlinerinnen und Berlinern. Das Vertrauen für die Politik zurückzugewinnen. Und wenn wir das gemeinsam hinbekommen, dann haben wir viel erreicht. Und dann wird es eine richtig gute Zeit für Berlin. Und das ist unser gemeinsames Ziel. Und von daher freue ich mich, dass Sie heute hier sind und wir jetzt gleich den Koalitionsvertrag unterschreiben können. Ja, vielen Dank, lieber Kai, lieber Stefan, Wir sind heute hier nach einem sehr, sehr turbulenten Weg. Das muss man schon sagen. Es ist vieles passiert, wo man vor einem Jahr vielleicht gesagt hätte, damit rechnen wir nun wirklich nicht. Und jetzt ist die Entwicklung aber so. Und es ist auch eine Chance. Es ist eine Chance für Berlin. Es ist eine Chance für die Themen, die anstehen, für unsere Stadt. Und Kai Wigner hat das schon gesagt. Ich kann das nur zurückgeben. Wir haben einen sehr professionellen und lösungsorientierten Beginn dieser Zusammenarbeit gehabt. Mit guten Sondierungen, mit sehr guten Koalitionsverhandlungen, mit wirklich auch dem Verständnis, dem Gegenseitigen, dass wir ja unterschiedliche Parteien sind, dass wir unterschiedliche Schwerpunkte auch haben, die uns wichtig sind. Aber auch das Zugeständnis, dass es einen Koalitionsvertrag geben muss, der eben diesen beiden Interessen auch dient. Und wir haben insgesamt jetzt ein Papier, mit dem wir eine sehr gute Grundlage haben, um in den nächsten dreieinhalb Jahren pragmatische, lösungsorientierte, bürgernahe Politik zu machen und die Themen anzugehen, die die Wählerinnen und Wähler uns am Ende ja auch mitgegeben haben. Die funktionierende Stadt, die sichere Stadt, die Stadt, in der Wohnen bezahlbar bleibt und auch an vielen Stellen bezahlbarer wird und überhaupt verfügbarer wird. Eine Stadt, in der gebührenfreie Bildung nicht nur ein Wort ist, das jetzt existiert, sondern auch eine Perspektive für die Zukunft. Eine Stadt, die auf Gleichstellung setzt, auf Vielfalt setzt. Eine Stadt, die auf eine starke Wirtschaft auch setzt. Denn wir werden international nur wettbewerbsfähig sein, wenn wir tatsächlich hier auch den Unternehmen in unserer Stadt, den Menschen, die hier jeden Tag arbeiten gehen, alle gute Rahmenbedingungen ermöglichen, damit sie das können und damit sie hier auch für unsere Stadtentwicklung vorantreiben können. Und wir wollen das gemeinsam tun, in einem wirklich auch motivierten Angang, der sagt, jetzt geht es darum, dass wir anpacken. Wir haben viele, viele Monate diskutiert. Wir haben auch viele Monate eine unsichere Situation gehabt. Aber mit dem heutigen Tag, mit der Unterzeichnung dieses Vertrages und morgen dann mit der Bildung einer neuen Landesregierung, fängt die Zeit des intensiven Arbeitens auch an. Und dann legen wir los. Und dann wird es darum gehen, dass wir sehr, sehr schnell auch Verbesserungen in den Politikfeldern, die wir vereinbart haben, für die Berlinerinnen und Berliner erreichen. Und dass wir das gemeinsam tun, in einer professionellen und vertrauensvollen Zusammenarbeit. Und daran liegt mir sehr, sehr viel. Ich finde es sehr wichtig, dass wir als Senat dann als neue Landesregierung insgesamt zusammenstehen und für Berlin zusammen das Beste ermöglichen und erreichen. Und das hoffe ich, dass das gelingt. Ich denke, die Koalitionsverhandlungen und die Sondierungen können uns zuversichtlich stimmen, dass das gelingt. Und ich freue mich auf diese Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, dass es jetzt in dieser Lage, in der wir sind in Berlin, der richtige Weg ist und dass wir diesen Weg heute auch beginnen. Und darüber freue ich mich. Und ich bedanke mich. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, sowohl mit unserem Team, aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen von der CDU auf gute Zusammenarbeit. Ja, meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, es ist soweit. Heute wird der Vertrag unterzeichnet. Ein Koalitionsvertrag, der von vielen in der Stadtgesellschaft auch Beobachtung gefunden hat. In dem Koalitionsvertrag stehen viele gute Punkte für die Stadt, ganz viele Punkte, die gerade erwähnt worden sind, ganz viele Punkte gerade im Bereich von guter Arbeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, die Rückführung der Töchterfirmen von Charité und Vivantis ins Mutterkonzern und ganz viele andere Punkte. Dieser Koalitionsvertrag ist die Grundlage für die nächsten dreieinhalb Jahre. Er ist die Grundlage für eine gute, für eine verlässliche und für eine gemeinsame Gestaltung der Politik, die auf Vertrauen basiert und darauf basiert, dass wir gemeinsam all die Punkte jetzt gemeinsam auch abarbeiten. Viele werden jetzt diese Koalition beobachten. Viele werden die Koalition beobachten und sagen, was bringt diese Koalition der Stadt? Und wenn wir das schaffen, im Geiste der Verabredungen, der Gespräche, die wir hatten, jetzt das zu liefern, dann wächst über diese Koalition hinaus auch, glaube ich, ein Stück weit Vertrauen wieder bei der Bevölkerung. Ich habe es oft gesagt, es ist keine Liebesheirat und muss auch keine sein. Es ist eine Verabredung auf dreieinhalb Jahre. Aber die Grundlage, die wir geschaffen haben im Koalitionsvertrag, sie ist so gut, dass ich glaube, dass Menschen insgesamt wieder Vertrauen zurückgewinnen in die Politik. Dass Menschen sagen, ja, Politik beschäftigt sich nicht mit sich selbst, sondern kümmert sich quasi um die Herausforderungen, die es gibt. Und eine Herausforderung ist, dass Berlin auch wieder zusammenwächst, was Innenstadt und Außenstadt betrifft. Man kann an verschiedenen Parametern ablesen, dass es durchaus da auch unterschiedliche Vorstellungen gibt. Und die Kunst besteht darin, am Ende tatsächlich zu sagen, dass diese Koalition mit der Grundlage des Vertrages das schafft, wieder auch dieses Zusammenführen der Gesellschaft. Und ich bin mir sicher, das wird gut. Ich bin mir sicher, das wird gut, weil die Grundlage gut ist, und zwar ein Koalitionsvertrag, der auf Augenhöhe ausverhandelt wurde, ein Koalitionsvertrag, der aus meiner Sicht als Sozialdemokrat die notwendigen Punkte enthält, um als Sozialdemokrat zu sagen, das ist eine gute Grundlage für die nächsten dreieinhalb Jahre. Und ich bin mir sicher, das wird gut. Ja, liebe Franziska, lieber Reit, lieber Kai, auch von meiner Seite, auch an euch alle gerichtet, einen ganz großen Dank für die vergangenen Wochen der intensiven programmatischen Arbeit, die es war, und vor allem für den gemeinsamen Geist, der über dem Ergebnis steht. Das ist jetzt schon oft gesagt worden, und ich kann es nur wiederholen. Es geht darum, Vertrauen zu schaffen. Es geht darum, Vertrauen zurückzugewinnen. Es geht darum, zusammenzuführen, auch Gegensätze zu überwinden. Und genau das ist uns in den Koalitionsverhandlungen gelungen. Und dafür ist dieser Koalitionsvertrag auch ein sehr eindrucksvoller Beleg. Es geht um Verlässlichkeit. Das steht ja auch auf dem Titelblatt des Koalitionsvertrages. Und damit meinen wir gar nicht nur die Verlässlichkeit unter Koalitionspartnern. Damit meinen wir den Anspruch der Berlinerinnen und Berliner gegenüber ihrer Regierung, gegenüber der Politik. Die muss verlässlich sein. Und wenn Sie mich fragen, was ich das Beste an Vernunft-Ehen finde, dann, dass Sie keine Eifersuchtsdramen kennen. Es geht uns um die Sache. Es geht uns um Berlin. Und wenn ich mir die Senatsmannschaft anschaue, die euch, die uns gelungen ist, gemeinsam jetzt auch der Öffentlichkeit vorzustellen, die diverseste und, wie ich finde, aber auch mit Abstand strahlendste Mannschaft, die Berlin seit Langem gesehen hat, überwiegend Frauen, und zwar deutlich überwiegend, Wann hat es das in Berlin zuletzt in einer Regierung gegeben? Hat es das je gegeben? Jetzt auch. Jetzt auch. Aber in der Summe muss man mal sagen, das ist eine Mannschaft, die genau den gleichen Geist zum Ausdruck bringt, der auch in diesem Koalitionsvertrag verankert ist. Aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommt hier ein Team zusammen, das Berlin nach vorne bringen will. Deswegen geht es mir auch und uns gemeinsam nicht nur um die Buchstaben des Koalitionsvertrags. Es geht auch um die Menschen, die das mit Leben erfüllen werden, mit Leben erfüllen sollen. Auch da habe ich volles Vertrauen. Und insofern schauen wir mit Zuversicht und schaue ich auch frohgemut auf die nächsten Jahre. Ja, es ist enorm viel Arbeit. Es sind gigantische Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber ich habe gestern in einem Interview auf die Frage, wo will denn diese Koalition jetzt das Tempo eigentlich vorgeben, habe ich gesagt, die Antwort wird nicht leicht zu beantworten sein. Wir haben nur dreieinhalb Jahre. Wir werden überall Tempo machen. Und die Berlinerinnen und Berliner erwarten nichts anderes. Und in diesem Sinne auf gute Zusammenarbeit. Ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich, was alle Kollegen angeht, darauf. Und bin sehr zuversichtlich, dass dieser Vertrag, den wir heute unterzeichnen, ein sehr, sehr gutes Fundament dafür ist. So, na dann, unterschreiben. Jetzt kommt es also zu dem denkwürdigen Augenblick, eben auch für die Geschichtsbücher, die Unterschriften unter dem Koalitionsvertrag von CDU und SPD für die neue Landesregierung in Berlin. Morgen dann noch der Termin der Wahl des regierenden Bürgermeisters von Berlin. Karl Wegner ist da natürlich aufgestellt als der Spitzenkandidat. Ist auch jetzt schon bei der Ressortverteilung so belegt worden, dass die Ressorts gleichmäßig verteilt sind. Und obendrauf dann noch das Amt des regierenden Bürgermeisters. So, Franziska Giesfey setzt ihre Unterschrift. Und Noritz Eichhorn von der Berliner Zeitung ist uns noch zugeschaltet, dass Frau Giffey, da müssen wir ganz kurz drüber reden, quasi in die zweite Reihe zurücktritt. Ist auch schon recht ungewöhnlich, weil ja doch manche Politiker auch immer gerne damit glänzen, sich nicht rückwärts zu bewegen oder herab zu bewegen, sondern eher nach oben wollen, oder? Ja, in Deutschland ist das unüblich. In manchen skandinavischen Ländern oder in Israel kann man auch mal aus der ersten Reihe in die zweite zurückwechseln. Aber ich glaube, das war ein sehr schlauer Schachzug von Franziska Giesfey. Denn sie hätte zwar mit Rot-Grün-Rot weitermachen können, theoretisch, aber die Grünen wollten eigentlich, weil das Wahlergebnis ja so knapp war, nur ein paar hundert Stimmen, wollten sie eigentlich entmachten. Sie hätte sich jeden Termin, den sie als Regierende wahrnimmt, von den Grünen, wenn es in deren Ressort gefallen wäre, absegnen lassen müssen. Und wir haben ja auch, ich fand es interessant, was jetzt hier auch angesprochen wurde von Herrn Wegner, auch von Frau Giffey, die Stimmung, das Vertrauen, das aufgebaut worden ist. Wie ist die Stimmung in der Koalition? Und die scheint doch sehr viel positiver zu sein. Und das war ja eine der großen Baustellen in der Rot-Grün-Roten vorherigen Koalition, dass man einfach nicht miteinander klarkam. Frau Giffey fuhr in Urlaub und sofort trat Frau Jarasch vor die Presse und verkündete unabgesprochen Sachen. Solche Dinge passierten die ganze Zeit. Und mich fand es auch, ehrlich gesagt, sehr charmant, was Herr Evers, der CDU-Generalsekretär und jetzt designierte Finanzsenator, ja sagte, in Replik auf das, was Raed Saleh über die Koalition sagte, keine Liebesheirat, sondern eine Vernunft-Ehe. Und er eben dann darauf abhubt zu sagen, ja gut, aber in Vernunft-Ehen gibt es eben keine Eilversuchtsdramen. Ja, und da ist schon die Unterschrift unter dem sozusagen Ehevertrag in Anführungsstrichen, also dem Koalitionsvertrag, vier Unterschriften. Damit ist es besiegelt. Können wir sagen, jetzt geht's los an sich. Und wenn wir uns anschauen, was man sich vorgenommen hat, eine funktionierende Stadt Berlin sicher mit Wohnungen, die man bezahlen kann, Vielfalt soll Raum gegeben werden und wirtschaftliches Fundament, das wirtschaftliche Fundament soll gestärkt sein und quasi den Spielraum auch ermöglichen. Ja, haben Sie so den Eindruck, dass da jetzt wirklich was losgeht oder ist das jetzt wieder nur Plauderei? Also das kann man jetzt noch nicht beurteilen. Die müssen morgen erstmal gewählt, also der Regierende und dann vereidigt etc. werden. Aber, also auf der einen Seite haben sie nicht so viel Zeit, wie das Koalition normalerweise haben, nur noch dreieinhalb Jahre. Auf der anderen Seite scheint es aber doch eine Stimmung in dieser Koalition zu geben, die was anpacken will, die sich nicht gegenseitig behindert, die nicht versucht, dem Koalitionspartner themenstreitig zu machen, auch Erfolge zu verwehren. Diese Art der Zusammenarbeit könnte dazu führen, da wird man auch mal sehen, was das für einen Unterschied macht. Sind wirklich die Prozesse in Verwaltung etc. so verfahren, dass keine Koalition da was ändern kann? Oder geht es doch auch darum, wie ein Team zusammenarbeitet? Und ich könnte mir vorstellen, dass sich in manchen Bereichen, in allen, wird schwierig bauen, ist einfach sehr schwierig. Das sieht man ja auch daran, dass Frau Giffey sich in letzter Minute jetzt dagegen entschieden hat, das Bauressort zu übernehmen und lieber in die Wirtschaft geht. Die wächst nämlich über Bundesdurchschnitt. Da kann man Erfolge vermelden. Aber es wird nicht in allen Bereichen große Erfolge geben. Ich glaube, aber eine andere Stimmung wird einziehen. Ja, Herr Eichhorn, wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen, die Unterschriften sind gesetzt. Jetzt muss es losgehen. Berlin braucht tatsächlich auch eine Regierung, wie es aussieht. Was sagen Sie auch als Berliner, der das vor Ort auch beobachtet? Was muss diese Regierung in Berlin jetzt leisten? Naja, sie muss auf jeden Fall das Chaos in der Verwaltung beziehungsweise das, was für Berliner im Alltag nicht funktioniert, schnellstmöglich beheben. Es müssen Termine rasch digital verfügbar sein für die Bürger. Anmeldungen, das kann auch um Kfz-Anmeldungen sich handeln. Das heißt, dass die Stadt für jemanden, der einfach von der Stadt eine Ummeldung zum Beispiel braucht, dass die für den funktioniert, dass Ämter Termine vergeben können und dass gleichzeitig auch widersprüchliche Politik aufhört. Also, dass man auf der einen Seite hört, die Friedrichstraße wird gesperrt, dann wird sie wieder geöffnet, dann gibt es kein Konzept, dann ist sie wieder zu und keiner weiß genau, was er als nächstes zu erwarten hat. Und das lag ja auch daran, dass man sich im letzten Senat einfach nicht einig war, in welche Richtung man wollte und sich gegenseitig bekämpfte. Und ich glaube, klare Vorgaben, in welche Richtung man will, Verlässlichkeit über Monate und dann Jahre getragen, das muss passieren. Ja, Berlin ist ja in den letzten Jahren in einer gewissen Weise auch berühmt geworden mit den Dingen, die nicht geklappt haben. Haben Sie den Eindruck, dass diese Koalition da jetzt vielleicht auch ein bisschen mit aufräumen kann, einfach auch vom Vermögen? Naja, ich hatte ja vorhin kurz angesprochen, dass Wegener drei Wahlkämpfe führen musste. Einmal den bis zum 12. Februar um die Stimmen der Bürger, der hat ja stark auf das Thema Sicherheit gesetzt. Das verschwand nach der Wahl. Plötzlich sagt er, das sei alles Wahlkampf gewesen. Wenn man die Präambel des Koalitionsvertrags schaut, sieht man erst im letzten Punkt neuen Respekt für die Polizei, Sicherheitsorgane etc. Und ich glaube, man muss natürlich aufpassen, dass das, weshalb Wegener auch gewählt wurde, nicht völlig in Vergessenheit gerät, aufgrund taktischer Überlegungen, dass man zum Beispiel der Parteilinken innerhalb der SPD entgegenkommen möchte und dergleichen. Aber an der Stelle denke ich, da kann was passieren, weil das sind die Punkte, wo auch Giffey eigentlich das Gleiche wie Wegener will. Denn dieser Koalitionsvertrag ist am Ende keinen kompromiss zwischen Unionsposition und SPD-Position, sondern er ist eigentlich ein kompromiss zwischen Unionsposition und Grün-Linken-Position. Und das ist genau da, wo Franziska Giffey 2021 stand. Nämlich mit diesem Kompromiss. Harte, klare Kante in Sicherheitsfragen, mit sozialem Anlitz auf der anderen Seite. Wir warten jetzt gemeinsam ab, schauen, ob das Beste für Berlin tatsächlich erreicht wird und sprechen gegebenenfalls wieder miteinander. So meine Dank.